Ich hab mir eingesackt. Weiter geht's. Streammarkierung. Dora. Corona. Hab ich da grad den Preis mit im Streamtitel gehabt? Hahaha, ernsthaft? Ja tatsächlich. Hahaha. Jawoll, schön, mal mit reinkopiert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hahaha, scheiß mich weg. Hahaha. Ne, ist aber auch... Das ist also echt... absolute Gier von dem Entwickler. Absolute Oberübergier. Es gibt von dem... von dem Spiel... von dem Spiel gibt's... fünf verschiedene Versionen. Dann hat er dasselbe Spiel als One Step After Fall Deutsch One Step After Fall Spain spanisch rausgebracht, ohne überhaupt was dran zu ändern im Vergleich zum Originalspiel. Er hat es halt nur anders benannt und hat dann gesagt, ne, er könnte nicht in-game, die Sprache könnte er nicht ändern. Und hat es aber auch dann für 4,99, 5,99 rausgehauen, einfach nur für die Achievementjäger. Ich hab mir die Spiele für einen Euro über Argentinien geholt, also das hat jetzt nicht so weh getan. Aber daran siehst du die pure Gier. Und jetzt hat Microsoft beide Spiele aus dem Store genommen, weil das ein Verstoß gegen die Regeln ist. Also sowohl One Step After Fall Spain als auch One Step After Fall German, Deutsch, kann sie im Store nicht mehr holen und das wurde auch aus meiner Bibliothek entfernt. Obwohl ich das Spiel gekauft habe, kann ich nicht mehr drauf zugreifen. Was auch obergeil ist. Auf jeden Fall, jetzt ist ihm das Wasser weggeronnen. Jetzt kann er die Kuh nicht mehr so melken. Jetzt hat er das Spiel, was ich eben hochgespielt habe, One Step After Fall Series X Version, das verkauft er jetzt für 9,99. Haha, pure Gier. Gerade mal verdoppelt den Preis. Für das Spiel, was ich schon 5 mal rausgebracht habe. Geil, oder? Kannst du dir echt nicht ausdenken, sowas. Du, der Kunde. Auch wie den Klassiker, ne? Mensch, der Game Pass Traveler ist da. Habt ihr das gesehen, Mädels? Der Game Pass Traveler. Alter, das ist auch ein Auskenner, ne? Schön, dass du da bist, Game Pass Traveler. Wir freuen uns sehr, ne? Ja! 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 Ja, ja! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja... Wenn man sieht, weiß man was, sieh. Ja, ja! Ja, 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 ja. Jawoll, heute sind gut rum. Oh, die Malle ist es, Achtung, zack. Moin Malle ist. Allen Männern einen schönen Männertag, jawoll. Dankeschön. Dankeschön. So, Dora Kone bei Radalaiga Games. Müssen wir mal ein bisschen Gamesco holen den Monat, ne? Sonst, der Manu hängt uns schon wieder so im Nacken, du. Wo ist er denn? Da, guck mal, zack. Oh, schön. Gestern kam ein Paket von Benni. Hab mir Milky Way Drink mitbestellt. Der ist mal schön süß, du. Da bappt dir das Maul aber direkt schon zusammen, wenn du die Flasche aufmachst, sag ich dir. Aber lecker. Dass du nicht bestrahlen sollst du ein Käppchen holen. Schön. Schön, schön, schön. �던 Speaker. So, was das. Hast du nicht gerade auch so. So, wie war das? Ich bin dran, ja. Oh, ich bin dran. Das. Ich bin dran. Ich bin dran. Und du bist ja. Ich bin dran. So, Freunde, der ungepflegten Unterhaltung. Bei dir geht's. Das können wir mit einem Text. Die Gameplay-Settings brauchen mehr. Skip-Anziehen. Skip-Anziehen-Text. Transition. Wo sind die Geschwindigkeit? Check-Speed-Voll-Hoch. Auto-Forward-Speed-Voll-Hoch. Wo ist der Start? Da oben, oder? Zack, Abfahrt, jawohl. Where should I go? Street-Location. Starting small. Latest scoop location. Bonding with dragons. City-City-Plaza-Vocation. Menschen bonding with classmates. Water. Latest scoop location. Ask about legend-specific dragons. Ask about legend-specific dragons. Schön, jawohl. Sabin Slot 2. 2 Schöööön, schöööön. Mal alles, hast du mal in das Spiel reingeguckt? Ich fand das tatsächlich ganz witzig für Kitties. Das fand ich cool gemacht. Weiß glaube ich schon, sowas hat im Kopf recht. Ich glaube das war ab 3 oder was. Let's work with the dragon. Being with you is more important. Schön, schön, schön. Achievement, baby. Genau, Glenn. Schön, Glenn, schön. Load shift 1. Jetzt machen wir hier Erde. Gehen zu Last Group Location. Meinst du das Spiel oder was? Sabin Slot 3. Ja, das frage ich mich auch, was hier für Mucke läuft. Das Gedudel hier ist ja vom Game. So, just a glitchy reason. Das ist keine Mucke, das ist Gedudel halt. Double combat. Rain. Okay, let's work with dragon. It would be nice, but... Schön, schön, schön. Growing confidence. Load, save 3. Achievement, baby. Ask about region specific dragons. Double combat. Rain. Und dann save in Slot 4. Save in Slot 4. Okay, let's work with this dragon. Being with you is more important. Schön, Manu, so geht's. Verstehst du? Load shift 4. Wann ist denn überhaupt das Finale? Fällt mir grad so ein. Ach, jetzt haben wir wieder die fußballfreie Zeit bald. Bundesliga fast vorbei, Champions League vorbei. Jetzt kommen wieder die Hungermonate. Furchtbar, ne? Ist das nicht noch im Mai das Finale? Nee, oder? Weiß jetzt gar nicht noch. Weiß jetzt gar nicht mehr. Wann weiß es stronger, drängen. Weiß jetzt gar nicht noch. Es wäre schön, aber... Achievement, Baby. Oh, du brudigst auch schon wieder in Wallum. Sehr schön, sehr schön. Start a new playthrough. Oh, doch erst? Okay. Go to latest Scoop Location. Ach, das dauert ja ewig dann. Was haben wir heute? 18. Oh mein Gott, drei Wochen noch. Aber ich glaube, wegen dem engen Zeitplan, die Liga fängt doch gar nicht... Wann fängt die Bundes... Wann fängt die Bundesliga wieder an? So eine große Sommerpause haben die gar nicht mehr, ne? Ah, den wird dich Bayern wiederholen im DFB-Pokal wie jedes Jahr. Hoffentlich nicht Leipzig da. Go to latest Scoop Location. To actually play the game. Go to latest Scoop Location. Bonding with Dragons. Go to Hills Location. Uff, doch so lang. Was machen wir denn da in der Zwischenzeit? Doch so lange. Krass. Haben wir komplett Juni, Juli und fast den ganzen August doch drei Monate. Und dann save in Schlott fünf. Was machen wir denn dann in der ganzen Zeit? Då will ich losstränen, in der Menge Erlve? Okay, cool. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Einblieben, helpcreen reach, save in slot 6 A Battle Couple Dann laden wir Ach, stimmt ja, ist ja Frauen-Weltmeisterschaft Stimmt ja, sehr gut Auf Trikotausch Ja, ist so, ist so Oder wenigstens mal nach dem Treppe Das Trikot vom Körper reißen und wedeln Jawohl Achievement, Baby Load, save, sex Ist wirklich so Load, save, sex The Ultimate Adventure Duo Es geht schlag und schlag, Kai Brauchst jetzt nicht so tun, weil die Malle da ist, ne? Die kennt ich schon gut genug, Freundchen The Ultimate Adventure Duo Load, save, five Zack, da haut er wieder einen raus Mensch, wo der immer die ganzen tollen Witze hernimmt, du Achievement, Baby Go to City Plaza Location Make a save in Slot 7 Challenge Brin's Territory Double Combat Double Combat Brin Help, Brin, reach A Battle Couple Schön Load, save, save, sieben Watch Brin win Watch Brin first Double Combat Achievement, Baby Brin Help, Brin, reach The Ultimate Adventure Duo Gestern Morgen war der Zack, da haut er ja heute Brennt er aber auch ein Feuerwerk ab, du Heute ist er gut drum Oje, oje, die Arme kann man alles Ja, das hab ich gelesen Das hab ich die Tage gelesen Das kannst du dir auch nicht ausdenken, ne? Da werden die ganzen Musel-Männer aber wirklich ihre Tao-Skills herpersen, du Aber wobei, da stehen die Deutschen, stehen denen eh nix nach, die ganzen Lustmolche Achievement, Baby Mama Pe eyeliner, Baby Mama Pe 세계 Lena anche Papa Mama Pe saga Mama Peonde Mama Peuge Papa Peuge Papa Peuge verstehe ich gar nicht, das ist doch eine wunderschöne Frau. Warum hast du es denn nötig, den anderen Mädels so hinterherzusteigen? Gibt es ja auch nicht du, ne? So, es gibt Text. Latest Scoop Location. To spend some cash. City Plaza Location. Der Kai ist im Schwimmbad und die Malis passt auf die ganze Bande auf, du. Kannst dir da auch wieder nicht ausdenken, du. Hei, 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 das arme Mädchen. Can I take a look at it? Go to Street Location. Play Draco. Two, seven, eight. Gestern war der Sven den ganzen Morgen da. Und ziemlich lang unterhalten. Weil ich gefragt habe, ob das ein Fulltime-Job ist mittlerweile, Twitch und Kram. Produziert halt noch ein bisschen nebenher und gibt Kurse für neue Einsteiger und so weiter. Und hat 1500 regelmäßige Subscriber jeden Monat. Da bestimmt für was geht es denn überhaupt noch? Also das ist doch schon ein recht gutes Einkommen, würde ich mal sagen, oder? 1500 Subs. Da kannst du nicht mehr gern. Das ist auf jeden Fall ein schöner, netter Nebenverdienst. Weil ich gefragt habe, ob er überhaupt noch tourt und Kram. Aber hatte ich gesagt, er hat zwar 20 Jahre auf Achse. Das macht er nicht mehr. 1500 Subscriber, das ist schon eine gute Nummer da. Go to latest Scoop Location. Suggest a glitchy reason. Oh, Baby, Baby, it's a big world. Oh, Baby, Baby, it's a big world. Honoré? I don't care about that. Let's keep going. Der arme Schweini. Load. Save 8. Earth. An latest Scoop Location. Ask about Regen. Ask about Regen specific dragons. Double Combat. Honoré. It's a shame, but. Let's keep going. Achievement, Baby. Load Save. Acht. Wind. Acht. Latest Scoop Location. Ask about Dragons. Double Combat. One Away. It's a shame. Let's keep going. Let's keep going. Load Save 8. Wind. Achievement, Baby. Go to latest Scoop Location. Suggest a glitchy reason. Double Combat. Honoré. I don't care about that. Let's rest them. And zack. Jawoll. Weggepatsch. Hast ein Problem, Digga. I'll see you guys. Bye. 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 Achievement, Baby. Jawohl, Glenn. Schön, schön. Das war Dora Cohn bei Rata Laika Games. Visual Novel, ziemlich easy. 1000 Gamers Square mit Guide in 10 Minuten. Ich spiele ja offline im Moment immer das Tram, dieses Straßenbahn-Simulator. Das kannst du dir nicht ausdenken, wie viel XP mittlerweile nötig sind. Von einem Level zum nächsten. Ich habe es von gestern Abend 7 Uhr bis heute Morgen 8 Uhr durchlaufen lassen auf der Xbox. Und habe gerade mal ein Drittel vom Level geschafft. Was macht der männlichste Mann im Stall heute? Ich zocke ein bisschen. Genau, Fenster putzen. Kannst ruhig dir alles auch mal ein bisschen zur Hand gehen. Hast du Brüggetag oder musst du morgen wieder ran? Das ist ein bisschen zu tun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020